Wir kriegen eine engsterlange Fahrt. Oh Mann. Du hast doch ein bisschen abgerutscht. Aber mein Motor war es. Danke. So machen wir also den Motor war. Oh, die alle da stehen. Oh Mann. Oh mein Gott, wie krass. Guck mal, hier gibt es auch so eine Storyline. Wir müssen das besser fahren. Timo. Vielleicht gibt es ja einfach Gas. Bei dem Schreckenskanal habe ich Angst. Ist die andere nicht hierher? Wuuu. 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 Oh, ich bin bei mir. Du kannst ja noch mal rein. Ja. Wuuu. Wuhuuu! Jaaa! Oh, da ist irgendwie Wasser Super! Oder? Das ist der Tochter! Jaaa! Wuhuuu! Halt! 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 Wellen! Oder paar Vents! Halt! 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 Halt!